Endkampf in Arubana! Können wir... Oh, Nami können wir jetzt auch spielen. Aber die müssen wir so erstmal hochpumpen. Jetzt shoppe erstmal. Oh, ich spiele aber trotzdem erstmal Nami testen. Verdammt! Schopfer geht auch mal mehr München. Oh, der Angriff, den können wir aber noch nicht. Rolf! Gucken wir doch direkt, ob wir auch nicht... Chopper noch. Ja, von vorher haben wir ja gar nichts. Was Chopper mit den Fischmänncheninseln zu tun haben will, ist mir auch mysteriös. Hm... Wären sonst zu viele, die ich dafür so gebraucht hätte. Auf gehts ändern kann ich ja nicht. Aber ich kann ja später den freien Lok nehmen. Ja, freien Lok und dann kann ich jeden spielen, den ich will. Oh, das stimmt. Ja, das ist so. 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 Was ist das? Oh, doch. Das ist so. Das ist so. Oh, das ist so. Jetzt kommt das Zeichen. Wollt ihr euch? Warum? Das ist ein Krieg. Aber das ist eigentlich ein Problem. Das ist gut. Das ist gut. Bibi, das ist gut. Ja, ich bin das. Du bist gut. Du bist gut. Das ist nicht das Problem. Das ist gut. Wenn du ein仲間 fühlst, wenn du das ein bisschen schiefst, Ich habe einen kleinen Schlager mit dem Schwerpunkt auf den Reaktion. Ich habe einen kleinen Schlager mit der Schlag. Das ist ein tolles Schlag. Okay, also, jetzt wird das Schwerpunkt. Ich hab noch eine kleine Schlag. Dann! Dann gehen wir auf einmal an den Schlag. Doch, die Schlag ist eigentlich nicht vorbei. Das ist ein Klag ist eigentlich nicht vorbei. Das ist die Schlag. Krokodile und Krokodile Krokodile und Krokodile Krokodile und Krokodile Krokodile und Krokodile gut auch mir ihn aus der Lübeck gut ist schon mal 20 ich habe das problem da irgendwie zu versuchen das so zu überwältigen warum ist meine leute hier ein das Nummer 1 ist weg Dann räume ich da unten das Marina-Teil auf. Was zum toll, wo sind das denn für Geräusche? Verdammt, das hätte ich ein bisschen länger anhalten müssen. Hier wird ein bisschen mehr anhalten. Ich gebe euch an den Augen. Dann bin ich mit der Augen. Und dann bin ich mit der Augen. Dann bin ich mit der Augen. Dann bin ich mit der Augen. Was ist das, Nez? Aces ist hier? Aha! Auf Wiedersehen. Perfekt. Perfekt. Ach, die Faxfigur da, Mr. Free. Ich war noch nicht fertig mit dir. Aber die Attacken sehen schon mal cool aus. Das sehe ich anders. Jawoll, ne Mann. Schöne Aufladung. Hier unten sind ja jetzt ne Pandaren. Hier sind Leute, die auf dem Deckel haben wir. Moins. Da oben ist er schon mal rumgurken. Schön. Muss noch irgendwie unten was erledigen. Oh, schön. Aber ich finde, wir hätten mal irgendwie mit zwei Fähigkeiten direkt anfangen dürfen. Schöner Home Run. Toi, jetzt ist der in Schwierigkeiten noch. Oh, Mann. Da hinten ist auch Sanjima ein bisschen ready hier. Aber hier unten kommt ja gar keiner. Was schmeißt du mich hier durch die Gegend? Was soll das? Geht doch. Fluchtversuch, ja toll. Das heißt, es laufen. Schöner Home Run. Schöner Home Run. Schöner Home Run. Ah, Mr. One. Der gegen Zorro gekämpft hat. Zorro, halt noch durch. Halt durch, Zorro. Wo ist er? Da ist Zorro. Ah, da sind doch jetzt ein paar her. Daaaain. 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 Wenn du in die Luft neu, willst du? Du kannst nicht voraanfahren. Daaaain. Die Musikel, ist das für uns irgendwo einschönern. Das ist alles lecker. Hier ist die ganze Zeit. allen geht es doch gut jetzt kommt so kann man es auch machen jetzt kann ich oben rum aber da unten ist ja noch was schaffen wir so können wir also die macht maximale kraft holen jahre wir kämpfen jetzt gegen die Ja, jetzt muss ich doch deine. Ach du. Wer ist denn hier alles? Wir sind doch noch nicht fertig. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.